Ja, mit viel Übersicht. Gute Flanke. So, geht ja gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Aus dieser Entfernung musst du einfach vorher zielen. Stimmt aber, wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler sind aus solcher Distanz, dass Tor noch von... Pass auf die Außenwahn. Mach das ganz sicher. Und er macht den Elber. Steht da unten. Und jetzt die Chance. Und Tor. Gute Eckball. Damit ist die Verteidigung überhaupt nicht zurechtgekommen. Und da machen sie ihr das Tor. Sehr gute Ecke. Die war gefährlich und im Zentrum konnten sie das ausnutzen. Schönes Tor. Hereingabe. An den Pfosten. Mach ihn. Ja, er macht ihn. Das ist der Dreierpack für ihn. Er ist heute nicht zu halten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ziehen wir ab. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Er war nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Super Pass. Achtung jetzt. Und jetzt die Chance. Das muss es noch sein. Und das Tor. Mindestens so entscheidend wie der Abschluss war hier die Vorbereitung. Das hat sie klasse gemacht. was. Ja. Das surrender. Untertitelung des ZDF, 2020